Hier meldet sich der Signal Iduna Park. Am Mikrofon Manny Bräuchmann und Frank Buschmann. Am Mikrofon Manny Bräuchmann und Frank Buschmann und Frank Buschmann. Schiedsrichter hat die Partie pünktlich angepfiffen. Wir freuen uns auf 90 tolle Minuten. Hier schießt er und klasse wie hier der Torhüter reagiert. Eine Rangelei um den Ball. Mündogan. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Marco Reus. Achtung! Erst gut blockiert vom Verteidiger. Di Maria. Khedira. Er hat ihm den Ball ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung! Da ist er wieder Ball! Ich bereite mit. Guck mal hin! Oh, das war der Posten! Aber da ist noch alles drin! Die Situation wurde geklärt. Khedira. Die Maria. Khedira. Khedira. Kehl. Pischek. Dieser Mann, der ackert und arbeitet einfach überall. Und die Teamkollegen sind da. Und das war ein richtiger Kracher. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Und das Bällchen ist noch heiß. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Hier der Vergleich der heutigen Torschüsse. Wunderbar herausgespielt. Tja, da muss er den Ball zum Torhüter zurückspielen. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Den muss er jetzt reinbringen. Marco Reus! Das ist das Tor! Das hat er am Kopfballpendel so oft geübt. Und jetzt hier im Spiel. Super. Und wir sehen hier auch ganz deutlich, da ist der Torhüter chancenlos gegen dieses Ding. Und der Ball springt von der Latte hinter die Linie. Da können der Kipper nun gar nichts machen. Kedira. Die Maria. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Joachikowski bewegt den Ball. Er spielt den Ball zurück zum eigenen Keeper. Kiel. Schuss und! Den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Schade, gut gedacht. Ein grenzwertiger Zweikampf, eine Blutgrätsche. Zweikampf um den Ballbesitz. Abseitsentscheidung korrekt. Mein lieber Kokoschinski, da packt er einen Hammer von Fernschuss aus und er schlägt auch noch beinahe in den Maschen ein. Und ganz ehrlich, da hätte er sich den Treffer verdient gehabt. Marcelo. Gut gesehen, Vorteil für Real Madrid. Doch kein Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Sie führen sofort aus. Sie führen sofort aus. Benzema. Reus. 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 reinbringen. Erstmal nur, Achtung, lässt. Und er ist drin. Dieses Tor wollen wir uns nochmal anschauen. Im zweiten Anlauf, und das ist besonders ärgerlich, muss der Keeper sich geschlagen geben. So langsam wird es ein bisschen sehr einseitig. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Blazikowski. 15 Minuten Ruhepause. Vor allen Dingen für die, die sich schon drei haben einschenken lassen. 3 zu 0 steht zur Pause. Okay, Sie haben die drei Punkte im Sack, aber wir hätten gerne ein bisschen mehr Spannung gehabt. Ja, das ist ja unglaublich. Also das ist ja wirklich mit das Schlechteste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Der zweite Durchgang hat gerade erst begonnen, aber eigentlich ist die Partie schon so gut wie entschieden. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Marcelo Bender. Benzema. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Modric. Kiel. Beide Rangelei um den Ball. Gehalten. Jetzt aber ein Kübel Ironie. Ein Wunder, ein Wunder. Ein weiter Pass. Er sucht Obermeer. Er sucht Obermeer. Cristiano Ronaldo. Gut gesehen. Vorteil. Hm, das weiß ich aber auch nicht so genau. Hätte man auch auf Vorteil entscheiden können. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Er gibt den Freistoß. Das Moserpfeif. Ein klares Foul, das können wir hier sehr schön sehen. Korrekte Entscheidung des Referees sehen wir hier ganz deutlich. Unfaires Einsteigen. Sofort abgezogen und... Spieler legt sich den Ball zum Eckstoß bereits. Was für eine merkwürdige Ecke. Da ist nun wirklich nichts draus geworden. Toll hier, das macht Wunsch. Wieder Ecke. Und nun hat Real Madrid den Ball. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Reus. Gute Faustabwehr. Jetzt schnell spielen. Jetzt steil spielen. Jetzt einen Konter setzen. Guter Pass. Cristiano Ronaldo. Jetzt läuft er seinem Mann Dicke weg. Abseits. Er ist einfach zu früh gestartet. Auf der Rückkehr. Da war eine Schuss für Real Madrid. Schöne Flanke, nicht abprallen lassen, nicht fallen lassen, festgehalten, super. Da liegt er frei rum, der Ball holt ihn euch. Flanke fliegt in den 16er. Die Eingabe war gar nichts, der Verteidiger ist auf dem Posten. Khedira. Sauber geklärt. Gefährliche Flanke. Und er ist drin. Dieser Junge wird sich wünschen, heute Abend wieder zu Hause zu sein und von der Ehefrau getröstet zu werden. Aber Manni, da müssen wir auch überhaupt nichts beschönigen, das ist eine erbärmliche Torhüterleistung hier. Und er fliegt da wieder, so wirkt es zumindest.